Die Nazis wollen ja nun mal die Tage durch Dortmund marschieren. Ich hab gehört, es fällt wegen dem heißen Wetter aus, weil da sind die Nazis auch Schad genug für. Das heißt, sie werden jetzt schön zu Hause, in ihrem klimatisierenden Hartz-IV-Geluppe liegen, werden irgendwas über deutsche Arbeitsplätze stammeln und ansonsten halt mal werden sie den braunen Gott einen schlechten Mann sein lassen und sich vielleicht überlegen, dass die Döhler ihr Recht hatten, wenn die Heißigen, worauf bist du stolz? Ja, aber da wird auch schon viel viel, ey! Worauf bist du stolz? Wieder schafft dein Neues raus, auf dein Konto in der Schweiz oder auch, dass du selber, der Schwerer war schon weit? Wieder schafft dein Neues raus, auf dein Konto in der Schweiz oder auch, dass du selber, der Schwerer war schon weit? Und abzüllen wir uns, weil du nicht so schwer bist, das ist keine Welt, ich hab was euch nicht. Und abzüllen wir uns, weil du nicht so schwer bist, Untertitelung des ZDF, 2020